Lasst uns jetzt noch tiefer in die Assoziationen eintauchen. Eventuell kann eine Klasse mit mehreren anderen Klassen in Beziehung stehen. Wenn aber ein Objekt dieser Klasse nur eine dieser Beziehungen instanzieren kann, dann sprechen wir von einer exklusiven Assoziation. Dies ist der eine Aspekt, den wir in diesem Video behandeln wollen. Der andere Aspekt betrifft die sogenannten Assoziationsklassen. Assoziationsklassen dienen dazu, um Merkmale zu beschreiben, die nicht Merkmale der beteiligten Klassen sind, sondern Merkmale der Assoziation selbst. Wir widmen uns zuerst der exklusiven Assoziation. Eine exklusive Assoziation besagt, dass für ein bestimmtes Objekt zu einem bestimmten Zeitpunkt nur eine von verschiedenen möglichen Assoziationen instanziert werden kann. Am besten wir sehen uns das an dem Beispiel hier an. Wir wissen, dass eine Prüfung entweder in einem Büro oder in einem Hörsaal stattfindet. Niemals in beiden. Dementsprechend sind die Beziehungen, die von Prüfung weggehen, nämlich zu Büro und zu Hörsaal, wechselseitig auszuschließen. Und das erreichen wir, indem wir diese beiden Beziehungen mit einer gestrichelten Linie verbinden und darauf den Wert XOR wechselseitig ausschließend setzen. Die Multiplizität ist auf beiden Enden, hier bei Office und bei Lecture Hall jeweils eine 1. Das bedeutet, dass die Prüfung auf jeden Fall in einem Office oder in einem Hörsaal stattfinden muss. Würde ich eine der beiden Seiten auf 0 bis 1 setzen, so wäre die Semantik, dass eine Prüfung auch stattfinden kann, unabhängig von einem Büro und einem Hörsaal. Und das wollen wir nicht. Das nächste Konzept, das wir behandeln wollen, ist das der Assoziationsklasse. Assoziationsklassen dienen grundsätzlich dazu, um Merkmale einer Beziehung selbst und nicht Merkmale der beteiligten Klassen zu modellieren. Sehen wir uns das am besten an einem Beispiel an. Wir haben hier eine N-zu-M-Beziehung zwischen Firma und Person. Das heißt, eine Person kann in mehreren Firmen arbeiten und in einer Firma arbeiten mehrere Personen. Ich möchte nun das Gehalt und die Position festhalten. Ich kann aber das Gehalt und die Position nicht als Attribute von Person aufnehmen, denn eine Person verdient in unterschiedlichen Firmen ein unterschiedliches Gehalt und begleitet auch in unterschiedlichen Firmen wohl eine unterschiedliche Position. Selbstredend kann ich natürlich auch Gehalt und Position nicht bei der Firma aufnehmen, denn sonst würden ja in einer Firma alle Personen das Gleiche verdienen und auch dieselbe Position begleiten. Dementsprechend sind Gehalt und Position eindeutig Merkmale dieser Beziehung, die eine Anstellung beschreibt. Dementsprechend muss ich die beiden Attribute zur Beziehung hängen. Das gelingt mir, indem ich eine eigene Klasse für einen Vertrag aufnehme und dieser Klasse für den Vertrag weise ich diese beiden Attribute zu. Und diesen Vertrag hänge ich über diese gestrichelte Linie an die Beziehung. Und so entsteht eine Assoziationsklasse, also eine eigene Klasse, die über eine gestrichelte Linie an die Beziehung gehängt wird. Assoziationsklassen braucht man insbesondere bei M zu N Beziehungen. Wenn wir eine 1 zu 1 oder eine 1 zu N Beziehung haben, so ist es möglich, die Assoziationsklasse aufzulösen. Sehen wir uns das an einem abgewandelten Beispiel an. Wir nehmen den fiktiven Fall her, dass wir nun eine Wirtschaftskrise in einem Staat haben und dieser Staat legt fest, dass jede Person nur in maximal einer Firma arbeiten kann. Dann könnte ich die Assoziationsklasse für den Vertrag auflösen und das Gehalt und die Position beider Personen hinzufügen. Denn eine Person kann ja nur bei einer Firma arbeiten, das heißt auch nur ein Gehalt beziehen und dann ist dieses Gehalt natürlich auch ein Merkmal dieser Person. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Position, wenn eine Person nur eine Position begleiten kann in einer Firma. Das bedeutet, im Falle von 1 zu N Beziehungen kann die Assoziationsklasse aufgelöst werden und die Attribute können auf die N Seite der Beziehung hinzugefügt werden. Bei 1 zu 1 Beziehungen kann ich die Attribute der Assoziation rein theoretisch auf eine der beiden Seiten hinzufügen, kann ich mir aussuchen, doch meistens gibt mir die Semantik vor, welche Seite hier besser ist. Eine Assoziationsklasse ist natürlich ein viel komplexeres Konstrukt als eine normale Klasse. Daher stellt sich die Frage, brauche ich Assoziationsklassen überhaupt oder kann ich Assoziationsklassen grundsätzlich durch normale Klassen ersetzen? Sehen wir uns das an einem Beispiel an. Ich habe hier auf der linken Seite eine N zu N Beziehung zwischen Studium und Student. Das bedeutet, ein Studium kann von mehreren Studiums betrieben werden und eine Studentin betreiben und für jedes Studium, das eine Studentin betreibt, gibt es eine eigene Einschreibung. Das heißt, für jede Kombination von Studium und Studium gibt es auch maximal eine Einschreibung. Was wäre jetzt, wenn ich diese Einschreibung nicht als Assoziationsklasse, sondern als normale Klasse modellieren würde? Dann würde gelten, dass sich diese Einschreibung auf genau ein Studium bezieht und genau von einer Studentin getätigt wird. Umgekehrt muss natürlich gelten, dass in ein Studium mehrere Einschreibungen erfolgen können und dass eine Studentin auch mehrere Einschreibungen tätigt. Was jedoch hier im rechten Fall möglich wäre, ist, dass ich von der Klasse der Einschreibung zwei verschiedene Einschreibungsobjekte haben könnte und diese beiden unterschiedlichen Einschreibungsobjekte beziehen sich beide genau auf das gleiche Studium und auf den gleichen Student beziehungsweise die gleiche Studentin. Das bedeutet, für eine Kombination von Studium und Studentin kann es mehrere Einschreibungen geben. Das ist rechts möglich und wenn ich das ausschließen möchte, so ist nur die linke Lösung richtig. Wir fassen also zusammen, wir kennen die exklusive Assoziation, wo nur eine von mehreren alternativen Beziehungen instanziert wird und wir kennen die Assoziationsklasse, die Merkmale der Beziehung selbst beschreibt. So, bislang haben wir uns nur um Beziehungen gekümmert, wo zwei Klassen beteiligt waren. Das muss aber nicht so sein und das sehen wir uns in der Folge an.